ist das immer noch sie oder ist das irgendwann aber ich gehe noch mal gucken jetzt habe ich eben gemerkt also die türme brauchen 28 minuten ja aber ich habe für jeden eingebaut so und wenn wir jetzt noch ein bisschen reisen dann können wir uns auch schön moni bauen ja ich bin mal bestimmt noch ja ich meine ich habe heute eine scherbe verarbeitet schon schärben verursacht eine von hat sich in der schul sohle verärzt aber nichts passiert ist schon das sind die worte die ja oh mein gott so und hidrat habe ich kohle immer 1 2 3 4 5 6 9 10.500 schuss auch neun millimetern so die wahl habe ich wahrscheinlich wollen irgendwo eingesammelt so leben habe ich noch ich habe meist mehr haben wir jetzt auch schon ja dann komme ich auch schon wieder dieses brot machen oder da kann ich uns takos oder fisch takos ja so lange ich hier nicht angeln muss das alles gut alles besteine rein doch ich brauche mal zwei drei steinchen für meine stein schädig immer noch mein gutes stück hat hat gerade wehgetan ich glaube ich das ja das war sie sieht man das habe ich das ist mit das mikro gegen das ist ja so habe ich glaube ich soweit alles wieder ausgepackt ich bin ganz brav ich packte sachen alle aus als dauert lange bis die touren auf die heute ist wieder sehr sehr kacka munitions herstellung also hast du mal die kuppen hast du mal in die munitionskiste geguckt wie das da drin eigentlich aussieht so schlimm ist immer noch sie oder ist das irgendwer anders aber ich gehe noch mal gucken ja geh mal wie ich jetzt habe ich gemerkt ihr kriegt natürlich gleich wieder einladung soja einladung ich werde dich mit ausräumen was habe ich jetzt ein bett glaube zauberstart war das problem ich glaube deine schreien ist weg die ist bohren ja die ist jetzt mit ja aber die können wir doch zum händler oder ja wir fahren jetzt wir fahren jetzt genau die sprit kann ich aber nicht fahren ob noch irgendwo sprit ist bei teile oder so guckt man das auto wie viel sprit da drin ist ja oder da auch nur noch 38 prozent wir haben noch 7500 ist recht für jeden einmal eine volle tankfüllung in der teile ich habe noch hier ein bisschen aus und dann können wir ja gleich fahren ich habe noch 69 das ist die kiste mal auf mein wir fahren jetzt da zum händler hängt am bau das steht doch ein bau am bau am bau ok wenn die offen ist dann schmeißt mir der da aber drei ja so ich habe ein bisschen was eingepackt nee ich hätte nur spritt übrig 2900 ja hast du bei mir gedacht ja ich brauche nicht begeistert recht herzlichen und so weiter ich hab sie sich noch voll hast du das noch ein hier unten kommt so also ich bin bereit nein ich habe hunger moment es ist hier irgendwie das feuer ausgabe ausschalten schnapp mir mal hier lecker benutzen und hier eins sandwich ach du heiliges kanonenrohr und röntgen schwingt die hufe die falle zum anderen händler die fahren auch bei dem wir müssen jetzt die quest abgeben aber die ja ich hab das in der tasche dann fahr ich kurz nachher zu ihm hin ist doch kein problem ok das ist doch kein problem geht mir jetzt questel auf okay alle versinkt in der map was immer noch ja das hatten wir auch machen kann er macht das nicht seinem rädchen gehen mit dem fahrrad wende wo wir springen aber war das ruckelt das wird lustig ja mann 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 ist das heftig aber das war jetzt die vierte ja das ist eigentlich eine schöne will hoffentlich schön ja ich bin vorbei mit kalle ok er ist tot oder was er war tot wer ist tot er ist jetzt nicht tot oder sowas hoffentlich nicht also ich fahr jetzt nur noch langsam schnell bewegen ist glaube ich keine gute idee ja ich fahr auch langsam da hinten ist gerade jemand mit dem fahrrad gefahren ist aber schon kalt in uns ja hab ich gerade gesehen rechts von uns mann 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 ich glaube wir wir achten hier doch nicht ich dachte hier stoßen an eine andere mich war das mich hast du in die luft geschmissen ich habe ich gar nicht gesehen ich habe nur gerade mann wo links von mir gesehen dich habe ich nicht gesehen es tut mir unfassbar leid ich verzeihe dir nein das kannst du doch gar nichts dafür kannst du dafür kannst du ja wohl nichts ja wenn das so ruckelt ich sehe nichts was hinter mir vor mir neben mir ich sehe nur manchmal mal nur so teleport weg teleport weg wie herriporter ich bin da ich bin so geschossen dass ich im zaun gesteckt habe ich bin habe ich dir weh getan soll ich euch sagen was ich als belohnung habe ja praktisches sturmgewehr level 4 natürliche antibiotika panzerbrechende 9 mm munition durch die munition nicht schlecht durch die munition nicht ich nehme das taktische manulein wenn du willst kannst du den unterhebler kriegen herringer ich möchte eigentlich wenn du als nächstes ich gib ab taktisches sturmgewehr und stahlstiefel ja dann nehmen wir natürlich das taktische ich nehme das taktische du wirst es lieben ich liebe es ich liebe es wirklich ich sage ja die vierer quest sind die mit dem besten loot eigentlich und den besten questbelohnung so was ist denn das jetzt hier habe ich noch ganz viel ja das darfst du dir jetzt auch so machen und siehst du jetzt hast du deine questbelohnung du hast deine questbelohnung für drei nagelpistole taschenmotorradpaket bonus stoffrüstungspaket dietrich 50 stück oder jetons ich nehme die jetons 5000 ich nehme also bonus nagelpistole brauche man auch nicht taschenmotorradpaket manu hat andrina hat eine nagelpistole das ist zum verbessern ich nehme die 50 stück oder die dietriche genau ja ich finde das ist eigentlich nicht schlecht ja und jetzt bist du auch auf jeden fall ein level up und dann kriegst du jetzt einen besonderen auftrag da musst du mal gucken wo der dich hinschickt mann so taktische sturmgewehr oder stahlstiefel soll ich denn das taktische sturmgewehr nehmen jetzt haben wir alle ist das nicht witzig ich hab die ganze zeit gedacht ich will dann schauen aber siehst du ich hab das letzte mal 7000 oder was oder 9000 ausgegeben für die wache ist es nicht zum junge hunde kriegen so herausforderung abgeschlossen stufe 4 abholen säubern wollen wir eine neue wir müssen auch noch den schatz machen guck mal was du jetzt für eine quest bekommst manu ja jetzt kriegst du ja sowieso musst du erstmal den besonderen auftrag machen ja stupe 3 handelsroute öffnen ach da hattest du dann war das noch die questbedonung von der 2 ja dann mach mal wie wäre sie wie wollen wir uns kurz teilen das bringt die sachen zu weit und wir fahren die handelsroute ja macht das ja das kann man sagen ja dann machen wir dann treffen uns gleich wieder hier ja ja wir können ja auch bei da beim bei dem ist der gleiche händler ging er auch hier ja kann man ja also falls ich dir grad nicht weh getan hat manu ich hab dich nicht gesehen also das ist nein 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 alles gut da steht ein biker und hat er ja so du zeigst mir jetzt wo wir lachen müssen ok ich habe ich habe ich habe jetzt den stark knüppel 5 schon oh lavi wie geil sehr nice labi jetzt schön noch stahl drauf und noch schön feuer drauf und dann ja leider nein hat sie geschrieben ach schade ja das war eine frage ach so das war eine frage ich bin meine karre gefahren bin ich oh entschuldigung aber das habe ich jetzt echt nicht gemerkt sie muss bestimmt zu jen ja ich bin auf dem weg ich fahre hinterher aber vielleicht seht ihr bei jen was schönes da waren wir ja jetzt noch nicht seitdem der händler zurückgesetzt wurde warte 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 ich sehe sie kaum noch aber ich hole sie ein ich komme mal zu euch vielleicht kann ich nochmal fahren da habe dich verloren jetzt kannst du weiter fahren ok easy going easy going easy going hast du Spritbeine ne ja wieso willst du mich ach schon gut boah ey das ist ein gehüpfen ne bei mir gehts grad komischerweise aber das liegt wahrscheinlich da dran ich hab das auch ich gucke hier durch den wald das ist echt ne durch den wald ja und wie wie mache ich das jetzt mit den ganzen äh level 3 quest ja ja musst du ja nicht du guck mal das ist ja egal du kriegst ja deine belohnung du hast ja jetzt gar keine tier 2 gemacht ja stimmt also ist das egal ja ist es egal du musst du kannst eine 3er wenn du willst an ihm aber ich würde sagen die 4er lohnt sich mehr ja klar das stimmt da ja dann kriegst du nachher irgendwann die belohnung von level 3 ja irgendwann die belohnung von level 3 dann von level 4 praktisch ja dann machen wir das so ja so wir sind gleich auch da bin ich jetzt schon ne noch nicht ne ne so vielleicht hat er ja was gescheites auch da die Jen ihr fahrt zu Jen zu Jen oh Frau Doktor zum Zuckermäuschen fahrt ihr genau Zuckermäuschen Jen oh 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 jetzt ruckelt aber auch gerade ja es gibt so mehrere bei denen ich mal vorbei schaue aber nicht alle regelmäßig ich habe die verkosten beim anderen Zimmer bei 7 days ja ich gucke auch mehrere 7 days streams ja guck auch mehrere ne aktuell weiß ich nicht spielt niemand wo ich schaue bei Bob haben wir letztens zugeguckt das war richtig interessant aber da habe ich es noch nie geschafft das war krass das habe ich es noch nie geschafft zu schauen wenn der das war so krass er hat vor allem was ganz besonderes was ich halt auch sehr so interessant war so ich packe dir mal das krentin die die sachen rein habe ich habe so jetzt wollen wir gucken was sie hat ne seid ihr bei Jen ja ja mein ort ist keine türe heizkörper selbst das krankenhaus boah alles weg gelootet so ich glaube auch nicht dass das behringer das bestimmt nicht als vorwurf genommen ich finde es cool dass ihr euch jetzt hier quasi wieder gesehen habt so das finde ich cool der hat deswegen wollte ich dich ja fragen Jason der hat diese ähm daisy mod drin gehabt und mit twitch integration ja und ich wollte dich da tatsächlich mache ich es jetzt einfach mal im stream mal fragen ob du mir behilflich sein kannst wie ich das hinkriege dass auch wir mal das hier mal mal machen also nicht dauerhaft sondern mal ja mega mega ich hab das nämlich noch nie gemacht wie man das auf dem server macht etc pp ich hab da keine ahnung aber dass wir mal mit twitch integration die daisy dingsbums ähm machen ja das ist so cool und die und sein chat von bob da hat er jemanden der war dann nicht ganz so freundlich hehehe hoch zur hut zum buch zum buch zum buch weißt du micky wenn du mich jetzt ein bisschen kennst ne wir fahren jetzt auf grid zu ja ich steh beim händler deswegen ja wir fahren jetzt auf grid zu manu ja ja ähm wenn du mich ein bisschen kennst micky du weißt du ganz genau dass das nicht auf meine Mist gewachsen ist hehehe siehste du hörst es schon lachen grid sagt gar nichts mehr weil die weiß was das bedeutet die hat das ja schon bei jason gesehen der grid was denn die so so ich wünsche integration mit diesen ja das ist ganz nett ja ja deswegen so geil das ist so mega ich ruckele immer vorne weil ich bin wogegen gefahren weil ich gelesen habe werde ich immer zum monster ich kehre den streamer das ist das was auch passiert ist das aber das war so heftig steht beim händler drin also der ich habe ein video gesehen von von bei das war jetzt erst vor ein paar tagen das habe ich das haben wir uns angeguckt aber wie ich das auf dem server und so kriege das weiß ich halt nicht das ist da brauchst du wie heißt es die kate den lautscher geht glaube ich auf einem gar nicht kannst du keine einfach mal einschalten wenn es dann wenn es dann geht müssen wir nichts mehr versuchen das spiel verbindet sich aber ich muss es ja auf den server kriegen das ist mein problem und das wird glaube ich nicht gehen oder muss das mit dem ftp fdp klein machen einmal mit dem finger schnipsen ja deswegen das wollte ich unbedingt ja das wollte deswegen wollte ich jason mal eine erotische nachricht schicken sehr schön sehr schön ja da wo bist du denn ich stehe beim händler drin mit der keule in der hand ich meine die andere frau der server ruckelt über nur lexung ich habe die sachen eingepackt haben sie dir bis die pflastersteine ist nicht abwech gehabt englisch könnte es gehen so habt ihr jetzt ich hole mir keine angenommen da werde ich mal jetzt kann ja nicht hast du irgendwelche aufgaben ab so und säubern es seid die gezogen bis beseitige zombies ja aber guck was was ist für ein gebäude ist das ist mal ganz spannend abholen säubern ist haus auf man sagt die villa macht ich mach die miller die miller die miller die miller die miller die miller ich habe die loot bitte rot wir haben sechs stahl knüppelteile mit wir haben ja wie hat lavi hat okay ich nehme das downtown strip ja immer in den total zuerst herrenklub herrenklub ist immer gut das ist doch die bar und mit ihnen mit ihnen mit denen ja bitte ich habe also nur abholen nur säubern nicht nicht abholen weil mit dem abholen das ist immer sie ist dahin weiß ich nicht mehr welches seine war du hast nur säubern ich habe nur säubern mit ihm abholen war zu angenommen habe ich gerade gelesen habe sie auch angenommen hier ist da längst 4 929 meter da längst richtig gut miller ja genau mit o t hallo frau flo kaffee schön okay gut also ich hoffe dass das die richtige richtung ist wo ist hier 800 meter ich komme ich komme okay musst du nur kurz gucken also dann die hat im übrigen vorhin schon gut nachgedacht wenn ich mich richtig entsinne war gerade in action so geradeaus mani gute nacht glaube ich wenn sich was oberkirchheim eine neue märz oberkirchheim okay auch kann man bauen bis zum umfallen aber erst wenn das ein update doch da ist müsste man bald kommen was heißt bauen in welchem spiel über von was redet ihr es gerade aber was heißt im baum ich weiß nicht was bauen bedeutet also ich bin auf dem weg ihr könnt ruhig fahren wenn ihr ja ich bin auch muss hier gerade aber ein bisschen ausweichen hier waren gerade ein paar zäunchen hier ist ein shotgun da waren wir glaube ich drin das letzte mal genau ich glaube hier waren wir das mal so ein 300 meter bis bis die ich werde immer so was ja ich werde auch ganz langsam unterwegs hat rechtlich um ob sie habt schreiende untote bei euch am haus ja dann geht da nicht hin die gehen dann wieder fisch und ich verlegen und ich soll jetzt auch nicht wirklich wenn ich habe ich einen satz gemacht ganz woanders ja ich bin gegen den baum gefahren baum hier sind ganz viele von naja glück und irgendwann die waffe rausholen da war schießen ja das bin ich nicht stecke irgendwo in der botanik ist man auch hier genau wie im motorrad eigentlich gar nicht hinkommen wo ich bin also wie soll ich sagen wir werden es schon hinbekommen ich bin hinter dir mein motorrad ist auch gar nicht hier hier gibt es übrigens ganz tolle pflanzen die man ernten kann 100 9 metern auf mann ich weiß nicht wo mein motorrad ist ja und ich habe hier auch nette leute ja so wo seid ihr wir sind wir sind hier noch ein stück weiter hinter dir aber wir kommen sofort an der stadt sollten wir vielleicht nicht annehmen die wir bei uns wird es nicht so viel geben der würde ich hier verschicken also ich bin jetzt so gefällt obwohl ich den der feld drei jahre später um ja das ist weil das ruckelt hatte ich auch grad also hier ist die quest ich bin ich komme zu dir manu ich bin gleich da wer läuft denn da auf der stelle ich bin ja jetzt hat es mich zurück gesetzt ganz ruhig ganz ruhig ist hier andrena sich ist vor mir oder ich sehe dich und kritik war dahin nimmt aber ich weiß nicht wo ich hin muss ich bin falsch abgebogen ok